Hallo, Henrik Haack ist mein Name. Wir haben einen Obstbaubetrieb hier im Alten Land. Wir bewirtschaften ungefähr 40 Hektar und der größte Anteil davon mit Äpfeln und ein paar Birnen noch. Wir haben insgesamt einen Fuhrpark von, genau jetzt für die Ernte, von 10 Solusmaschinen. Ein Achter von 26er und zwei jetzt neu den Hydrostar. Zu den Hydrostar haben wir uns entschieden, dass sie sehr komfortabel sind, man hat sehr viel Platz von raus und runter zu steigen. Dann kommt dazu sehr viel Leistung, sehr viel Zugkraft. Und das sehr schöne ist, wir haben uns solche Arbeitsbühnen für unseren Betrieb noch dazu gekauft, um die Äpfel vor den Oben, die Äpfel im Drinnen vor den Oben ernten zu können. Und man kann sehr langsam damit fahren aufgrund des Hydrostar-Antriebs. Dazu kommt noch ein sehr stabiler, sehr kraftvoller, mit zu beschiebenem Motor, der verbaut ist. Ja, ich denke, es spricht für sich. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile 10 Stück davon und sind sehr zufrieden damit. Wenn ich... ...jau. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.